Herzlich Willkommen zu Handwerk im Blick, Ihrem Handwerkskammer-Magazin. Diesmal mit einer Sonderausgabe zum Thema Fachkräftemangel. Und diesem muss man begegnen. Kurz gesagt, Mitarbeiter finden heißt Lehrlinge binden. Für rund 3.300 mittelfränkische Auszubildende geht in diesen Tagen die Probezeit zu Ende. Für sie stellt sich die spannende Frage, werde ich übernommen? Ob man zueinander passt oder nicht, ob es Probleme gibt, das muss aber auch während der ganzen Ausbildungszeit immer wieder auf den Prüfstand. Regelmäßige Gespräche zwischen Vorgesetzten und Auszubildenden können helfen, die Auszubildenden zu fördern und zu stärken und bei Problemen rechtzeitig zu helfen. Wie das gehen kann, das haben wir für Handwerk im Blick bei dem Kfz-Unternehmen Koller & Schwemmer in Nürnberg erfragt. Bei Koller & Schwemmer in Nürnberg werden Fahrzeuge aller Typen mit modernsten Methoden untersucht. Die stetige Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter sichert dabei höchste Qualitätsansprüche. So legt die Firma auch ein großes Augenmerk auf die Nachwuchsakquise, um dem Fachkräftemangel frühzeitig zu begegnen. Als Basis einer guten Ausbildung stehen regelmäßige Gespräche zwischen Vorgesetzten und Auszubildenden auf dem Plan. Diese Gespräche werden gemacht, um den Kontakt zu den Auszubildenden zu finden, ihn beizubehalten und den Menschen auch kennenzulernen. Es ist uns ganz wichtig, einen Menschen kennenzulernen, um auch später zu wissen, wo man diesen Menschen im Betrieb einsetzen kann. Und auch die Auszubildenden wissen das offene Ohr zu schätzen. Wenn man zum Beispiel jetzt schulische Probleme hat, dass man da mit jemandem sprechen kann oder auch wenn man jetzt Fördermaßnahmen braucht, da die in Routen schlecht sind. Wenn man Probleme allgemein im Betrieb hat, wenn man mit jemandem irgendwie nicht klarkommt oder was, was eigentlich nicht der Fall ist, dass man da einfach jemanden hat, mit dem man sprechen kann. Für eventuelle Schwierigkeiten hält der Betrieb eine breite Lösungspalette bereit. Im schulischen Bereich haben wir die Möglichkeit, die ABH-Maßnahme einzubeziehen. Wir haben einen freien Bildungsträger, der sich Kolping nennt, wo wir die Unterstützung bekommen. Im betrieblichen Bereich beziehen wir die Gesellen ein und auch die jungen Meister. Wenn es zwischenmenschliche Probleme gibt, dann versuchen wir mit Eltern und Psychologen einen gemeinsamen Weg zu gehen. Und so haben wir eigentlich eine ganz große Palette, wo wir den Menschen, den jungen Menschen da abholen, wo er gerade steht. Miteinander reden ist die Grundvoraussetzung, um Probleme frühzeitig erkennen und auch lösen zu können. Diese Investition zahlt sich nicht nur bei den Lehrlingen aus. Mitarbeiter zu finden, heißt also vor allem, Lehrlinge zu binden. Die betriebliche Ausbildung ist die eine Seite, die von einem Auszubildenden absolviert werden muss. Die andere Seite ist die schulische Ausbildung. Doch wie kann der Betrieb seinem Auszubildenden helfen, wenn es in der Berufsschule hapert? Es gibt viele Nachhilfeangebote, die in diesem Fall in Anspruch genommen werden können. Die Ausbildungsbegleitenden Hilfen, kurz ABH zum Beispiel. Sie werden von bestimmten Trägern angeboten, wie dem Kolpingwerk oder der Noris Arbeit. Die Nachhilfe findet in der Regel außerhalb der Arbeitszeit statt. Informationen zu den Ausbildungsbegleitenden Hilfen geben gerne die jeweiligen Berufsschulen und die Agentur für Arbeit. Das war Handwerk im Blick, Ihr Handwerkskammer Magazin. Wir würden uns freuen, Sie auch in der nächsten Folge als Zuschauer begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss, machen Sie es gut.